Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren G-Writers Videoblog. G-Writers ist eine akademische Agentur, die sich auf Coaching und Unterstützung bei akademischen Arbeiten sowie auf Korrektorate und Lektorate spezialisiert hat. Heute ein vielleicht einfaches und simples Thema einer wissenschaftlichen Arbeit, aber nicht minder wichtig, das Thema Verzeichnisse. Wenn wir über Verzeichnisse sprechen, dann meinen wir natürlich Inhaltsverzeichnisse, dann meinen wir Abbildungsverzeichnisse und dann meinen wir Tabellenverzeichnisse. In Teilen auch Literaturverzeichnisse, wobei das geht nochmal einen Schritt weiter. Wir möchten uns heute hier auf diese drei Möglichkeiten konzentrieren und ich will Ihnen kurz zeigen, wie Sie in Word das Ganze relativ einfach, simpel und mit wenigen Mitteln gestalten können. Nun, zuerst einmal gilt es natürlich, die Verzeichnisse zu erstellen. Mit erstellen meine ich jetzt nicht, die Verzeichnisse selber zu erstellen, sondern die Inhalte zu erstellen. Sprich, Sie müssen die Überschriften entsprechend als Überschriften markieren. Sie müssen dann natürlich auch den Text dazu bereitstellen. Sie müssen Ihre Abbildungen machen und Ihre Tabellen entsprechend erstellen. Also erst einmal das Ganze mit Inhalt überhaupt füllen, bevor es an die Formatierung geht. Im zweiten Schritt sind wir schon mittendrin, das Thema Format klären. Ganz wichtig, bevor Sie überhaupt im Word mit irgendwelchen Formatierungen anfangen, schauen Sie im Leitfaden Ihrer Universität, Ihrer Hochschule nach. Klären Sie, welches Format die Beschriftungen haben sollen. Unter den Abbildungen beispielsweise oder unter den Tabellen sollen das Überschriften sein, sollen das Unterschriften sein, wo stehen die Quellen, stehen die Quellen in der Fußnote, stehen die Quellen bei der Abbildung, bei der Tabelle. Ist es fettgedruckt, ist es kursivgedruckt, ist es kleiner geschrieben als der Text, wie viel Abstand muss zum Text vorhanden sein und so weiter und so weiter. Klären Sie das vorher ab und hinterlegen das Ganze dann auch in der Formatvorlage bei Word unter der Funktion Beschriftungen. Sie wählen also dann nicht nur das Überschriftenformat jetzt beispielsweise für das Inhaltsverzeichnis aus, sondern Sie wählen auch das Format Beschriftungen aus und hinterlegen dort, wie die Beschriftung auszusehen hat. Also Schriftart, Schriftgröße, Abstand, Fett, Nicht-Fett, Kursiv, Unterstrichen und so weiter und so weiter und so weiter. Die nächste ganz, ganz wichtige Funktion, sie ist in unterschiedlichen Wörtfunktionen ein bisschen unterschiedlich benannt. In der aktuellsten Wörtversion, also Wört 2016 oder Office 365, heißt die Funktion Referenzen. In älteren Versionen kann es auch sein, dass Sie sie über Einfügen finden. Über Referenzen und dann gehen Sie auf die Funktion Beschriftung oder Beschriftung einfügen. Auch das kann unterschiedlich etwas benannt sein, je nach Wörtfunktion. Sollten Sie es nicht finden, hilft auch eine Funktion sehr, sehr gut, indem Sie einfach in die Kopfzeile von Wört gehen, dort sich dann sämtliche Funktionen anzeigen lassen. Das können Sie mit dem kleinen Anfasser ganz rechts in der Menüleiste machen. Dort finden Sie dann alle Befehle. Sie wählen alle Befehle im Dropdown-Menü aus und können sich dann diesen Befehl auch als Schnellstartkürzel in die Menüleiste ziehen lassen. Was überhaupt empfehlenswert ist, dass es sich eine eigene Menüleiste in Wört basteln, in Anführungszeichen, mit den wichtigsten Befehlen, auf die Sie immer wieder zurückgreifen. Wenn Sie dann im Menü Referenzen sind, gehen Sie in unserem Fall jetzt auf Beschriftung. In unserem Fall heißt jetzt, wenn es sich um Abbildungen und Tabellen handelt. Dort können Sie dann wählen, wie Sie beschriften wollen. Das Format haben Sie ja im Vorfeld schon eingestellt. Das heißt, Sie haben jetzt hier im Wesentlichen noch zwei Dinge zu tun. Sie haben A, sich zu entscheiden, wie beschriftet werden soll, also numerisch, Alpha, Groß, Klein, Römisch und ob die Kapitel mit einbezogen werden sollen oder nicht. Also, ob eine Abbildung oder Tabelle beispielsweise mit 1.1 für die erste Tabelle im Kapitel 2, dann 2.1 für die erste Tabelle im Kapitel 2 beschriftet werden soll. Für Tabellen gilt natürlich entsprechend das Gleiche. Oder ob das Ganze einfach durchnummeriert wird durch die ganze Arbeit mit 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Dann klicken Sie auf Einfügen, nachdem Sie hier das Format nochmal kontrolliert haben, das Sie ja vorher schon eingestellt haben. Klicken auf OK und dann wird die entsprechende Beschriftung in der Form eingeführt, dass hier dann eben steht, beispielsweise Abbildung 1 Doppelpunkt oder Tabelle 1 Doppelpunkt oder auch ohne Doppelpunkt oder mit Punkt ganz so, wie Sie es eingestellt haben. Word bietet in der Grundfunktion dann auch die Möglichkeit, verschiedene Beschriftungen auszuwählen. Also, Sie können beispielsweise wählen zwischen Abbildung oder ABB Punkt. Es gibt auch englische Grundeinstellungen, Figure beispielsweise können Sie auswählen oder bei der Tabelle dann Tabelle oder Tab Punkt oder Sie können natürlich auch eigene Beschriftungen eintragen, die dann automatisch wieder gezogen werden. Je nachdem eben sind wir wieder beim Punkt 2, was von Ihrem Lehrstuhl hier gefordert wird. Und wie gesagt, nach Klick auf OK ist das Ganze dann hinterlegt. Sie können dann den Namen Ihrer Tabelle, den Namen Ihrer Abbildung per Hand ergänzen, die Quelle ergänzen und damit ist die Beschriftung erstmal innerhalb des Textes erledigt. Am Ende dann, wenn die ganze Arbeit fertig ist, gehen Sie an die Stelle, wo Sie das Inhaltsverzeichnis bzw. in unserem Fall jetzt das Abbildungsverzeichnis oder Tabellenverzeichnis einfügen lassen wollen, schreiben dann Tabellenverzeichnis oder Abbildungsverzeichnis darüber und gehen dann auf Einfügen und Einfügen Abbildungsverzeichnis oder Ab- oder Verzeichnis, je nachdem auch welche Word-Version Sie verwenden. Lassen Sie sich nicht davon irritieren. In den meisten Word-Versionen ist hier nur die Rede von Abbildungsverzeichnis. Sie können aber dann in dem Kontextmenü wählen, welches Verzeichnis Sie einfügen lassen möchten. Also ob Sie ein Inhaltsverzeichnis einfügen lassen möchten, beispielsweise auch ein Literaturverzeichnis, was wir uns heute nicht angeschaut haben, ob Sie ein Abbildungsverzeichnis einfügen lassen wollen oder ein Tabellenverzeichnis. Und dann haben Sie das Schöne an dieser Funktion schon automatisch erledigt, ohne es quasi schon erlebt zu haben. Das automatisch, nämlich wenn Sie jetzt irgendwelche neuen Tabellen einfügen, Nummern ändern, verschieben, einzelne Abbildungen oder einzelne Tabellen vornehmen, dass sich dann automatisch auch das Verzeichnis anpassen und aktualisieren wird. Und das ist natürlich der ganz, ganz große Vorteil dieser Vorgehensweise und gerade bei umfangreichen Arbeiten unerlässlich. Sie können dann auch bei dem Verzeichnis selber im Word auch noch bestimmen, wie dieses Verzeichnis auszusehen hat. Also auch hier wieder Schriftart, Schriftgröße, Blocksatz, Abstände und so weiter und so weiter. Und ganz ähnlich gehen Sie auch beim Inhaltsverzeichnis vor, nur dass Sie ja im Text selber diesem Inhaltsverzeichnis jetzt keine Abbildung unter dergleichen zuweisen. Hier funktioniert das Ganze eben über die Funktion Überschriften, dass Sie die Überschriften in Ihrem Standardlayout entsprechend formatieren und dann auch wieder gehen über die Funktion Einfügen. Hier gibt es auch eine separate Funktion in Word, die Sie sich auch als Schnellstartkürzel hinterlegen können, sollten, teilweise auch bereits in den Standardauslieferungen hinterlegt ist, nämlich die lautet Inhaltsverzeichnis einfügen und dann fügt es Ihnen automatisch das Inhaltsverzeichnis ein. Und Sie haben auch hier die permanente Aktualisierung, also auch hier genau den Vorteil, den Sie erreichen wollten. Sie sehen also eine einfache Funktion im Grunde genommen, wenn man es einmal durchgespielt hat, erklärt es sich fast auch von selber. Vielem scheut es vielleicht ein Stück weit, das zu tun. Ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, es auszuprobieren, es zu nutzen, weil es verringert einfach Fehlerquellen in der Arbeit und es macht das Aussehen Ihrer Arbeit deutlich professioneller. Und Format, Sie wissen, das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle bei der Bewertung Ihrer Arbeit. Wenn Sie Probleme haben bei diesen Themen, wenn Sie Hilfestellung auch in der Unterstützung oder eine Unterstützung benötigen, auch mal ein Coaching in diesem Bereich benötigen, ist G-Writers gerne Ihr Ansprechpartner. Wenden Sie sich an uns. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Glück, viel Erfolg mit dem Thema Verzeichnisse erstellen. Aber wie Sie werden sehen mit diesen Tipps, kommen Sie gut zu Recht. Viel Erfolg damit.